legianer rüstung du müsstest aber auch schon hier lebenspulver und sowas haben machen können eigentlich schon ja ich sollte es auch noch mal viel guss und sie ja was hat es krass wofür stehe ich zum beispiel nicht hier sehe ich habe keine ganz viel mehr rüstung und viel mehr waffenkräften als ich in den bäumen kann aber nicht sagen warum eigentlich die rüstungen sind für alle gleich bis zum blütenzeit kann ich das einzige was sein kann dass du vielleicht materialien ich hast aber normalerweise haben wir ja alles zusammen gemacht das spiel hat auch erst mal alles gesagt hey macht dies noch jenes noch welches also ist das material die in die rüstung freischalten wird gerade bei mir geschrieben jetzt habe ich auch jetzt habe ich auch mehr in der dings mehr wieder habe ich mitgenommen ich gehe mal mit der meisterin dann ich gehe aber zu hoch jetzt ja 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 Kann man sich gleich nach? Ja. ja muss wir machen und geht den Katzen rein, oder? dann müssen wir jetzt ne Katzen kommen ja oh, keine Ahnung ich starte die Quest ich bin in der Questrolle gleich ist ihm auch ja, frem dann müssen wir quasi rausgehen und dann neu starten, oder? ja, ich kann sie ihn erst gucken ja du willst ja nach Sura Magda das gut, dann suchen dann suche ich ihn jetzt zack das geht doch geht doch ach, tschau eine Omenfliege ein paar Steine dafür geht doch nicht mhm der anfang direkt ist der blaue der wollte dann wieder die feine von wo ist mal hier wo altes Fossil oh, ich hab's gewonnen ja, ich auch und jetzt? der Zufall jetzt komm Katzen jetzt komm Katzen hä? ne hab ich das falsch angeklickt? hab ich das falsch angeklickt? mein mein Liebling mein Liebling der ist richtig sick der ist ich liebe den so sehr ey oh ja oh ja und ihr hört auch so nice aus oh ja muss ich aus der Höhle raus oder nicht? ne in der Höhle war so ein großer magma stein quasi ja ein schwarzer stein mit 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 äh magma drehen genau ja die rät sogar am anfang noch was ja 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 du bist ja du bist ja du bist spür das mutter auf hab ich nicht schon mal hier angefangen? ja jetzt können wir rausgehen ja also nicht erst nur rausspülen wir können direkt gehen oder? ja dann kurz weiter ja ja gut äh von kurz zurück man erfolgreich weggelaufen geil ja richtiger börder wir sind richtige helden und bei dem kann man das finde ich immer sehr interessant wenn man ab damit ab da gibt ein schwanz ab schwanz ab ja wie bei eilis im wunderland nur nicht der kopf sondern der schwanz mhm soo du bist du nicht ich hab dich ja nicht verstanden chrissy seid ihr schon zurück? ja ich bin schon zurück wer macht auf? ich hab grad noch die vorstellungsrunde ah ich mach ihn mal auf ja 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 ich kann mein mein schwert aber nicht verbessern das was ich dafür brauche ist noch ein fragezeichen ja dann ich kann es noch nicht aber freigeschaltet in sich ist es schon du kannst es in den aktuellen gebieten finden oder bei den aktuellen äh kommenden monstern hm hm ist das open? ja soo soo äh quest beitreten beitreten ein rocala kein rocala sofort deutsch muss mir in die pizza rein jungen ja nein rauchen ja er schmeißt sie doch nur rein dass er wieder aufwärter und macht der kalle ja auch nur ja ja alles gut ja alles gut ja kann halt ich mal bereit machen dann können wir schon mal rein joinen ne ja 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 wenn ihr wunderschön gut abend los wenn die das wort schwanz doch sehr präsent das ding schwanz kann auch zwei sagen aber ich denke es geht ja mein wirklichen spannen nicht etwas umgangssprachlich umschrieben ist und da ist ja ok ich kann nichts mehr tragen einmal essen mit gelb zeiten schönes fischgericht zu der chef kochgericht wir sind auch so andere verteidigung und für lüge angler master folgen eine polierer und für die aktie geschenkt jetzt wird man jetzt schon dass man so was der fall bezüglich man jetzt schon ja besser auf der ist hier direkt rechts noch das alles für dich in der kiste jetzt blockade ok dann lora mag tharo ist auch spüren wo sind die spuren denn hier oder jetzt wohne ich hier sind nur noch zwei käfer also ich bin bei der nächste kampf gegen große viel bevor besiegt man das dann auch oder war also wenn wir erst mal ich bin bei der drückst du Hm? Ich denke, du schaust mich nicht. Ich habe mich nur... was wirst du hier aus ja gut dann was ja hier das ist auch was oben noch wie sie oder auch Wo ist das denn? Oh! Hallo! Er hat's gebrochen! Oh, lass mich jetzt sehen! Oh nein! Oh ne, sag ne! Ja! Ja, das war Karma quasi! Ich muss das halt machen! Du musst das machen? Jo, was? Hahaha! Wir mitmischen! Gebrochene Teile, Radobahn! Radobahn! Nehm ich! Pause! Stopp! Danke! Weitermachen! Au! Da hinten sieht noch was! Da! Teer! Radobahn! Der dritt nach vorne, Alter! Naja Krankenfalle? Der hängt ja fest! Der hängt ja fest! Der hängt ja fest! Der hängt ja fest! Er wollte mich abstreiten und ist da selbst reingegangen! Ah lol! Selbst schuld! Der rauf! Es ist ab! Ja! Ja! Ähm! G'sha.. Ich will einfach wegschicken! Im Rauken... Was für'n dummer Tisch! Tipp ist das denn? Au! Einmal wieder einer an seine Chance gehen! Ja der ist böse. Hattest du Glutung zufälligerweise? Keine Ahn, ich hab bei Null auf mein Leben geguckt, ich hab nur auf den Schott geachtet. Das Problem. Das war halt so voll dumm eigentlich von mir. Oh boy. Ich bin schon wieder da. Hi. Au, ja ich hab Blutung definitiv. Du musst weglaufen und dich hin hocken damit es aufhört. Bei Snake laufen? Ja oder bei Snake laufen geht auch. Oh, ich verstehe dich, ja. Ich muss mal kurz Zeug von vorhin holen. Mit was hab ich jetzt die Blutung geheilt? Hab ich mich verstanden. Du hockst dich hin. Und dann hört das auf mit der Blutung. Wenn man sich hin hockt hört eine Blutung, okay. Ja, er zeigt Spiele, glaube ich. Ja, ne ist in Ordnung. Ähm. Er nimmt sich gleich den letzten Gegner, ne? Was ist denn los mit dem Vieh? Er ist gut, Abo. Aber er ist grad bisschen gelehnt. Ich muss das gehen. Er ist dann los ich hier einen großen Radogan-Forder. dann nachdem hier jetzt der stärker der legianer kann sein der futter zu müssen das fläche von denen also nehme ich an ja der gibt der macht halt echt hart der mitte von mir ist nicht der blutdruck stand und der gift schaden von den pflanzen gerade extrem ich hab mal warte ist man bereit alles bereit ich habe hier hallo wir waren mega nice was ist denn ihr beide ihr lebenpilz mitnehmen was will denn ihr noch mitmischen hier auch gar nicht wir legen ein großes vier und die kleine wollen die mitmischen süß arg ist aber auch nicht anders ja stimmt und überhaupt zu heulen ich finde die sprache echt immer noch geil ich habe gerade ein netzwerk fehler auf twitch hier gibt es häufiger komischerweise ja er müsste gerade den stream aktualisieren damit er weiter geht ja merkwürdig komisch aber auch relativ häufig ich muss meine katze rüstung aussehen ich finde sie witzig ich finde sie witzig ich finde sie witzig kann dass sie die blutung weg macht wenn man sich hinwirken kann reiters ja alleine gegen den kämpft ist das gleich von praktischer ja na gut das stimmt ich hoffe ich kann sehr viel aus dem film machen an rüstung das ist auch nicht schlecht wenn wir uns das machen wir uns nicht mehr suchen und wird uns halt häufiger ja ist gut dieses erste mal ist schutz ist drin bei der rüstung und du kannst Kannst da easy durchlaufen. Da hat er nicht geblüht. Ah, und dann bekommen wir noch zusätzlichen Schutzverblutungen. Na gut, da klungen sich wiederum. Es regnet Leben. Oh. Das Leben. Wobei ich sagen muss, das haben wir gut durchdacht mit diesem Ökosystem an sich. Ja. Guck mal, Kräuter zum Rauchen. Deswegen redet sie auch sowas. Ja. Hey, lauf du mal ne Woche durchs Meer erstmal durch. Ja, du bist auch mal Teil des Ökosystems. Ja, wenn du auch mal Teil des Ökosystems. Ja gut, mit mehreren ist das halt ein bisschen einfacher. Oh, nice. Super. Geht mir alles an. Zweimal Schwanz. Zweimal Schwanz. Ich hab, warte mal wo, ne? Ich hab gar keinen. Schuppen, Klauen, Sehnen und Reißzähne. Ich hab nur... Schuppe, Klaue. Die ganze Zeit hacke ich auf den Span drum und krieg den doch nicht mal. Mann. Schuppe, Klaue, Reißzähne, Platte, Sehne. Ja. Aber ich bin der kluge Kämpfer. Du bist der kluge Kämpfer anders, ne? Ja, das Ding ist halt, dass ich halt fast nur mit der Klaue kämpfe, ne? Ich hoffe... Ich hoffe, das würde schieben. Der Großschwert wäre auch ein bisschen schwierig. Ja. Ich bin beschäftigt mit meinem Käfer. Ja, komm, du hast den Käfer hier wie um das Großschwert zum Zertrennen von den Viechern. Mega. Ja, aber so kommst du am besten auch an das Vieh ran. Ich bin ja die ganze Zeit auf dem Vieh drauf gewesen. Ja, aber wenn du gerne Monster reitest, kann ich nix dafür, Chrissi. So liegt er am ehesten und springt nicht die ganze Zeit durch die Gegend. Ja. Wobei ich auch ein paar Mal an ihm vorbeigesprungen ist oder er an mir. Aber wir sind zu Hause. Jaaaa. Weil das Geld für eure Begleiter nicht holt. Alles eins nach dem anderen. Machen wir alles noch. Aber die Begleiter sind ja bei vierer Teams eh... Nicht da. Nicht da. Nicht vorhanden. Lebenskraftmantel? Nice. Jaaaa, wir zu Hause. Ich freu mich voll. Na ja, erstmal 50 Ausrufezeichen ey. Ja. Heute backe ich morgen braue ich. Übermorgen hol ich der König von dir suchen. Alles gut. Die sagen, du siehst so aus, als hättest du nichts zu tun. Mhm. Aha. Das klingt nachdem wie nach vorgesetzt auf der Arbeit. Die hier auch gar keinen Streck abgeben. Ja. Du rühst doch mal sein Süppchen auch mal. Ach, verschmelzt sich das ja wie jetzt hier bei uns? Ja. Cool. Objekte einschmelzen. Was? Nein. Bei uns sicher auch mal nicht. Nee. Oh. Ja. Wollen wir denn ein paar Nebenküssen machen, die wir jetzt auch übrig haben? Wenn wir wieder hier sind? Können wir gerne machen. Erstmal zum klugen Biologen. Ich fange ein paar Rumor. Okay. Oh, ernst. Hab ich nur vorhin gemacht. Haha. 5 Minuten weg und schon das hier alles von der Ausflug bezeichnen. Hm. So einen zweiten Platz am Anboden haben wir, die kriegt man später, ne? Ja. So einen Mantel meinst du? Also jetzt ein Ding am Boot halt, ne? Oh. Oh. Ah, die Ent- und Ruheerweiterung gibt's später auch noch. Nice. Wollen wir nur Aquaball dafür? Kein Thema. Easy. Ausrufezeichen. Hier haben wir nicht gerade wenig. Morzelexikon wurde aktualisiert. Das war ja gefühlt ein ganzes neues Buch. Haha. Äh. Oh, hier liegt der jetzt rum. Sogar noch mit Schwanz. Ja. Ja. Oh. Sogar. Ähm. Das guck mal erst mal nochmal. Wollen wir kurz zerstören? Fange ein, Paolo Mu. Ja. Angelein. Genau. Was ist mein Fang? Ja, hab ich gesagt. Ich hab verstanden, Angel ein. Angel ein, Paolo Mu. Hm. Unmöglich ist es ja nicht. Ich hab eh noch mit Schwanz, wenn ich geangelt. Ich hab noch mit Schwanz, wenn ich geangelt. Ich hab noch mit Schwanz, wenn ich geangelt. Boah, was wir alles kriegen jetzt mittlerweile. Ja. Ja. Ein und eine Dreistung gespielt heute. Ja. Ja. Sogar und kann ich gar nichts machen. Weil ich hab keine einzige Sehne bekommen. Also ich brauche jetzt zwei Alkohrbeutel und ich brauche noch die, die Jakuhhaut. Gut. Das kostet so. Aber wie sieht so geil aus die Rüstung. Ah, ich kann den Helm machen. Und wie gesagt, wir fehlt komplett. Sehen habe ich nicht. Ich kann den Helm von dem machen. Dreck Blutungswiderstand. Nice. Aber es ist ein, die komplette Widerstand oder nur ein Teil Widerstand. Sorge! Also kriegst du dann wirklich gar keine Blutung mehr oder nur weniger? Oh, das sieht süß aus. Das verringert den Schaden bei einer Blutung. Und das geht hoch bis Stufe 3, verhindert Blutung. Ah. Garon erweitert Zugangriffe um einen Betäubungseffekt und erhält die Angriffskraft gleich. Erhöht die Angriffskraft gleich. Das ist so ein Setbonus. Wenn du drei Sachen hast davon. Oh, nicht schlecht. Oh, ich will. Also ich will, dass ich gerade eine ganze Menge Nebenkürzer habe, ne? Was hast du bekommen? Cooler Set. Fünfzehn Prozent. Oh, Fünferbro. Was hast du denn jetzt? Fünferbro. Das ist der Name von den Leuten ja, ne? Ja. Oh, das ist gut. Das macht man auch. Ah. Er hat zwei neue Aufgaben für mich. Und jetzt hier, äh, Chefkoch. Und alles wird das dranbleiben. Ah, noch ein Auto drängen. Ja. So, dann gucken wir, dem Handel zu. und sonst möchte danach für wenn ich jetzt was hier durch habt für nehmen im Kurs offen und das sind und jetzt auch so worden und warum entnehmen mit dem koch glaube der koch hat noch einiges und in zunderbung Nochmal. Ja. Zweimal mit den Fingern bei uns sprechen, wir haben einiges übersprungen. Ja. Ja. Das ist ja richtig gut. Oh mein Gott, was hat der denn? Ach cool, dass ich gemutet war. Geil. Nice. Ne, ich meinte, ich würde da mal kurz hier was reinhauen und dann mal kurz AFK gehen, ganz ganz fix. Ja. Und es gibt ja fucking viele Nebenaufgaben jetzt, Alter. Ja. Alleine die vier Sterne sind über eine ganze Seite. So, Spezial-Arena. Das ist was besonderes? Arena bekämpfst du quasi die Feature nochmal, die du gefangen hast. Ja. Okay, ja, dann let's go. Fängt an mit Tobi Kalatschi. Ist offen. Nice. Nice, ey. Nice. Aber so schön wie ihr zuhause. Nein. Aber ich fühl mich ja nicht mehr so eingesperrt. Ja. Ich finde dich auch so fürchterlich. Ja. Oh ja. Haul am Tisch. Hm. Mal gucken, ob ich was besser anklanzen kann. Ja, ich hätte mir jetzt die ganze Lieferung abgegeben, die ich machen konnte. Stimmt, die habe ich auch noch. Ich hatte erst welche abgegeben, habe ich dann noch neue bekommen. Wahrscheinlich nächste. Was nächste? Nach dem, was wir gemacht haben, könnten wir eventually die Upgrades bekommen haben dann. ein fischiges Pestessen, zack. örtliche Garnelen, zack. Ja. Na, hier wird ja noch. Ja, na, Pelz. Ach, das ist leider, ne? Da müssten wir, ja, müssten wir aus der Arena kriegen, eventuell. Hm, da kommt bestimmt noch dran. Wir müssen auch noch klettern, oder? Das kann gut sein. Zizi und Scharmassager hat bei euch dann noch.